moin moin liebe zocker freunde und herzlich willkommen bei kante zockt citizen motion 2 diesmal nicht im multiplayer nein heute mal alleine ich bin auf der karte hamburg um es noch mal zu zeigen das ist aus meinem single let's play deswegen habe ich das noch mal genommen das kam ja ziemlich gut an also in der letzten folge ich habe mir die extra noch mal angeguckt habe ich gesagt dass wir uns diese neue linie die habe ich in der letzten folge gemacht diese neue linie gemeinsam abfahren das werden wir natürlich machen weil das was ich sage dazu stehe ich auch und während wir das tun werde ich euch noch ein bisschen was erzählen so laut so weswegen im single player ja es ist jetzt samstagmorgen ich gucke mal auf die uhr 2 uhr morgens auf dem samstag und ich habe eben gerade mit dem helge auf die akkare aufgenommen wir haben einiges an problemchen gehabt die map fing an zu ruckeln ist immer mehr immer mehr staus geworden jetzt haben wir 35 minuten aufgenommen und haben nicht wirklich fahrgäste dazu gewonnen das ist also wir haben drei vier fünf sechs neue linien der helge hat eine umbahn gebaut und wir kriegen keine fahrgäste zusammen ich weiß nicht was das womit das alles zusammenhängt seid uns nicht böse aber wir werden wohl noch mal neu anfangen in hamburg mit dem multiplayer das erst mal so als rand geschichte dass es die akkare ist einfach nicht zu machen der multiplayer also wir haben es nicht hingekriegt kann natürlich auch an uns liegen aber in den letzten folgenden multiplayer hat es eigentlich schon ziemlich gut geklappt muss ich sagen nur jetzt irgendwie nicht ganz deswegen habe ich mich dazu entschlossen noch mal alleine für euch die single player map aufzunehmen hier noch ein bisschen zu erweitern aber passt hier noch ein bisschen mit euch zusammen zu erweitern und dann nächste woche mit hamburg hier durch zu starten das kam ja auch ziemlich gut an viele haben auch hamburg gewählt als stadt zum beispiel tom und auch noch ich weiß gar nicht was noch war kann man mir halt aufgefallen weil auch aus hamburg kommt das hat ihn halt doch schon interessiert wenn ihr hinweise noch geben wollt zu speziellen zu speziellen plätzen die hier angeschlossen werden sollen oder was wir hier vielleicht noch speziell im einzelnen bauen sollen dazu bauen wir haben ja drüben noch ganz schön platz hier hinten da auf der ecke können wir das natürlich gerne machen ich möchte natürlich auch eure reaktion dazu hören in den kommentaren wenn ihr was dazu schreiben wollt wenn nicht ist es natürlich auch völlig okay wir werden trotzdem auf jeden fall in hamburg noch mal mit dem multiplayer anfangen und eventuell halt auch noch ein bisschen was an ideen umsetzen zum thema battle da haben wir noch ein paar ideen zu wie wir das ganze so ein bisschen austragen wollen ein bisschen mit regeln vielleicht erst mal nur busse oder halt der helge darf eine u-bahn und ich darf mir eine einschienenbahn strecke aussuchen so was könnte man halt hinzunehmen für das battle und was ist hier eigentlich für eine aufgabe richten wir eine linie ein habe ich gemacht und 50 pro 50 touristen alles klar das ist doch schon mal nicht schlecht warum die hier so langsam fährt also das verstehe ich nicht die kommt ja nicht wirklich hingangen haben wir das mal so überlegt naja gut wir wollen nicht mehr kann sondern wir wollen ein bisschen bauen ein bisschen bauen ein bisschen schauen wir haben hier natürlich jetzt an der binden als der ein schiffchen angeschlossen das hier direkt von der u-bahn einmal ratzfatz hier rüber fahren soll weil hier ist ja unser u-bahn aus das wollen wir natürlich mit anschließend so hier sind die landungsbrücken ich finde das ist ein bisschen schade dass sich hier nichts baut nichts generiert weil hier ist ja da war hier auf der ecke müsste so die elbphilharmonie sein ach ne die ist hier ne die elbbrücken sind echt weit weg mann 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 so und dafür dass hier 500 wohnungen 500 einwohner und 600 arbeitsplätze sind ist das eigentlich ein bisschen wenig was wir hier angeschlossen haben was sagt unser cash flow 135.000 flocken fahrscheine sind zu billig und zu teuer also beides eigentlich ja wir haben noch keine großen ränge gemacht hier die allwarte mal wie sagt man dazu allgemein fahrscheine sind auch ok ich muss hier kontrolleure hinzufügen so ganz viele kontrolleure und dann haben wir auch locker noch mal 15.000 kracher mehr in der tasche das ist doch mal wahnsinn habe ich das gebaut das müsste ich sogar gebaut da hat sich ganz schön was entwickelt wenn man mal guckt ein kaufhaus ein einkaufszentrum noch ein einkaufszentrum viele viele gebäude industriegebiet wahnsinn hier könnte man quasi mit der ubahn einmal abfahren die geschichte aber ich würde gerne mit der ubahn eigentlich hier hin da den möchte ich hier mit anstehen aber den habe ich schon mit der straßenbahn angeschlossen ich mache schon wieder viel zu viel theorie wie ist denn jetzt die netzabdeckung aber die ist grün die haben wir noch gar nicht angeschlossen leute leute das ist nicht gut hier könnten wir noch eine bus linie machen die hier den ganzen kram abwärts so viele schulen da könnte doch durchaus noch was bei rausspringen das machen wir jetzt erst mal und zwar brauchen wir dafür bus 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 kriegen wir da nicht ran ne ist auch ein bisschen hoch etwas hoch gegriffen junger freund ja ich weiß aber machen wir es ganz einfach da soll dahin und dann brauchen wir eine wendeschleife brauchen wir ja nicht wir können ja einmal hier quasi rum fahren fahren hier rum und wieder zurück oder fahren wir fahren den direkt hinweg und noch besser wir fahren so rum und fahren so rum wieder zurück ja ich weiß der akzent ist jetzt ein bisschen doof gewesen was habe ich jetzt überhaupt genommen bus ja alles klar um ein bisschen mehr abzudecken machen wir das jetzt einfach mal ein bisschen anders als wir das sonst machen fahren denn einmal fahren denn einmal hier rum ja ich höre schon auf hier rum klar ja ich höre schon mal wir halten wir die jetzt am wenigsten auf wir halten wir die jetzt am wenigsten auf da eine reguläre straße nein eine einbahnstraße gut machen wir jetzt noch eine buslinie genau lion king das finde ich total gut das werden wir auch gleich umsetzen die buslinie lion king buslinie 10 passt zur folge nochmal 10 fangen wir natürlich auch gut bauen wir erstmal die obus leitungen gehen bis hier einmal rüber ratzfatz drumherum oh ein zu weit ihr könnt mir auch mal die kommentare schreiben was ihr dazu denkt ob ich das ja gut als single player projekt glaube ich nicht dass ich das jetzt nochmal wieder mit aufnehmen werde aber ich glaube es hat euch letztes mal immer noch sehr gut gefallen wir müssen uns erstmal Fahrzeuge kaufen irgendwie Geld haben wächst ok dauert lange ist teuer kostet viel schafft viel und also von den nebenkosten her der billigste yay eine Aufgabe geschafft Belohnung 3000 jetzt haben wir noch mehr Geld nehmen wir davon drei Stück müssten reichen und jetzt wieder die Linie genau falscher Fahrzeugtipp für Haltestelle Depot so ja gut nehmen wir nochmal Lion King äh Fahrplan boah total die krumme Zeit aber passt sehr gut einmal hinzu ach habe ich die so dicht aufeinander gemacht das macht nichts die werden noch mit sicherheit wieder ganz komische Umstieg Eigenschaften entwickeln das weitere natürlich nochmal für euch als Info werden auch wird auch in der Kanalschau mit auftauchen ähm ähm ich werde jetzt versuchen die Folgen länger zu machen so dass wir halt das ist ja noch einmal die Woche und das wird dann die Folgen auf ungefähr 30 Minuten lassen ich hatte sogar die Multiplayer Folge die war ja schon fast fertig und dann ist es abgebrochen und dann ach das war so ja niederschmetternd ja jedes Mal bricht das Ding in sich zusammen und äh man versucht es doch ja wieder zu retten aber im Endeffekt ärgert man sich echt man ärgert sich und bei 35 Minuten und dann habe ich nachher die Kurve nicht mehr gekriegt zum richtigen Satz und dann ja ich bin da perfektionistisch veranlagt das tut mir auch leid aber ich finde dass ähm wenn man es macht muss es gut sein und es muss ordentlich aussehen und das hat mir nicht gefallen und die Aufnahme normal zu machen kann ich nicht machen der Helge musste ins Bett der Kante muss heute mal ein bisschen länger machen weil er am Samstag Nacht also wenn ihr das Video quasi seht muss ich die Nachtschicht nachher fahren von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens wo können die denn 96 oh 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 ich würde sagen eine erfolgreiche Linie wie viele brauchen wir überhaupt für die Linie 4 und ich habe nur 3 das ist gut ähm dann müssen wir noch kaufen wir wollen natürlich noch weiter mitfahren wir wollen das ganze natürlich angucken wie das ganze aussieht ich muss auch sagen ähm ich kann euch sehr empfehlen mal ähm in Train Fever reinzuschauen ja ja also ich muss sagen das reizt mich im Moment richtig äh ja wie soll ich das sagen richtig doll um jetzt einfach mal in ähm 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 Altdeutsch zu sprechen es reizt mich wirklich sehr und das macht mir auch richtig Spaß also da könnt ihr ruhig nochmal reingucken da wird das auch mit Sicherheit nochmal ein ja live let's play Projekt zu geben weil es ja nun auch noch ziemlich aktuell ist denn kommt demnächst ja auch noch ein neues von Train Fever raus dieses Transport Fever das ist schon also der Wahnsinn schaut rein kann ich nur empfehlen auch die Busse dort sehen sehr gut aus das hat auch mit Linienverkehr zu tun und halt aber halt mehr auf Züge gezogen auch die Mords die es gibt absolut schier gemacht und sehen echt gut aus also alles ansehnlich das ist schon alles eine schöne Sache 102 und jetzt gucken wir mal wie weit die Linie geht ich gehe einmal hier rum hey jetzt müssen wir die echt öfter fahren lassen nein what ach die müssen wir öfter fahren lassen das ist ja mal geil alle Stunde alle Stunde wir wollen ja Geld davor ausgeben also lassen wir alle Stunde fahren die Arbeitszeit ist bis 23 Uhr und in der Nacht fahren wir alle Stunde 20 und das ganze geht bis 6 Uhr oh ja bis 6 Uhr hat er das übernommen? das hat er genommen am Wochenende das natürlich auch genauso pass auf wenn wir dann Samstag und Sonntag raus und machen wie im Multiplayer ein Wochentagswochenende ja mit der Schwede ja wo laufen sie denn? wo laufen sie denn? ach bloß ich habe ja noch nicht eingestellt dass ich doch 100% 0% der Fahrgäste werden ignoriert ok wollen wir jetzt mal gucken wo die jetzt alle hinlaufen das interessiert mich ja sehr ich könnte es mir schon vorstellen aber ich will es natürlich selber sehen kommt doch schon irgendwie oh ein Bus ist unterwegs die werden ja nicht alle zur Schule wollen oder rennen die jetzt zu Fuß zum Merker ne ok die sind einmal über die Straße rennen wieder über die Straße ja nicht zu vergessen einige Fahrscheinpreise sind zu niedrig das ist doch mal was was wir gerne hören oh die geht ja rund oh geil da Schule ne oh die gehen durch die Schule durch weil das Opernhaus hier hinten ja das ist amüsant so jetzt wollen wir natürlich erstmal unsere Preise erhöhen weil alles was mehr Geld bringt macht uns glücklich und wir können natürlich den Stadtverkehr weiter erweitern so die EU bringt auch schon mittlerweile gutes Geld wunderbar was mit Schiffchen hier Schiffchen können wir auch ein Stückchen erhöhen gut wir haben ja noch gar keine Monorail ich würde sagen wir gucken jetzt mal nach einem schönen Platz für die Monorail das wäre ja eigentlich schon ein sehr guter Platz wenn man jetzt hier so Längs fährt ich hatte das bestimmt gemacht um die an die S-Bahn an die U-Bahn ran zu heften und hier hinten mit Längs gundeln zu unserem Hauptbahnhof na gut na gut ok was haben wir hier denn jetzt noch für eine Aufgabe richten sie eine Linie ein transportieren sie 25 Personen oder zu dem Ziel das sollte durchaus möglich sein ich würde sagen ach wir können ja auch ach ich muss erstmal 400.000 Fahrgäste transportieren ok wir hätten jetzt ich hätte jetzt überlegt dass wir hier einmal rum gehen sozusagen nicht natürlich nicht hier durch sondern eher halt Merka Einkaufszentrum diese mit anschließen und dann könnte man hier natürlich durch die Linienbusse die noch mit anschließen was denkt ihr ja ne ich bin auch schwer dafür wir fangen hier hin beim Stadion an wir fahren hier beim Einkaufszentrum an nicht genügend Platz zum Bauern nein natürlich nicht oh mein Magen hoffentlich habt ihr das nicht gehört es ist mitten in der Nacht mein Magen sagt natürlich ey Kante schieb mal was zu futtern runter wir werden natürlich ein bisschen versuchen wir müssen es nicht wir müssen es absolut nicht machen also die einschienen Bahnen hier mit über die Hauptstraße zu schieben wir wollen auch noch was haben womit wir auch mal die Brust mit anbinden können das war schon mal 17.000 wir lassen noch mal ein bisschen schneller laufen sonst können wir uns gar keine Fahrzeuge mehr leisten dafür das ist ja noch eine ewige Strecke das ist ja noch eine ewige Strecke das ist ja noch eine ewige Strecke aber ich würde keinen Anschluss hinkriegen an die Uhren fuh 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 hier wäre unterirdisch ok pass auf das ist ja sowieso ein etwas älteres älterer Spielstand wir nehmen mal einen Kredit oh wir haben schon Kredite also Kante wir wollen das Ding natürlich jetzt fertig haben das kam 20 Wochen Zeit 5000 oh nein jetzt werden wir pleite gehen jetzt habe ich nur noch 175.000 von meinen Geldern über so wo haben wir stehen wie mir dann gucken wir uns leider natürlich noch die Aufgabe an oh wir sind schon bei 15 Wochen was kann das ich jetzt beilen beim Linie bauen ich will ja auch keine Gebäude erbreiten so jetzt gehen wir hier aber nur mit ran das schaffe ich jetzt sind wir natürlich voll drüber mit der Aufnahme oh oh ey ok das ist aber voll fiese oh geschafft ich dachte schon ich verkexte so wie mache ich das denn jetzt hier 140 kurz mal voll gemacht die U-Bahn jawoll so um So, nicht schön, aber es passt zusammen. So, fertig gebaut, yay, sag doch mal was, komm, das war echt gut, oh, wir sind immer noch in der Zeit, so, hier haben wir angefangen. Boah, die Fahrscheinpreise sind schon wieder zu niedrig, so, das Stadion wollen wir mit drin haben. Das sieht auch schon ganz schön gut aus, haben wir sogar noch das Einkaufszentrum mit drin, dann wollen wir die beiden Einkaufszentren natürlich mit drin haben. So, hier nehmen wir natürlich auch die Hauptverkehrskreuzung schön mit rein. Boah, das sind echt gute Anwendungspunkte. Ja, Fahrscheinpreise sind zu niedrig, ich habe es verstanden. Kriegen wir die echt beide mit rein? Ja, kriegen wir. So, ja, ich war heiß. Und hier natürlich nochmal schön zum Umsteigen. so. Also muss ich natürlich erstmal meine Fahrschein, oh, was zur Hölle? Was mache ich denn hier richtig, was ich sonst falsch mache? Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt fallen ja richtig Asche dafür. Boah, hier für die ganzen Allround Tickets. Guckt euch die Preise an. Kommen wir mit einem Lächeln rein, mit einem Lächeln, was sagt, ich bin bereit zu zahlen. Was sagt jetzt der Cashflow? 200.000 Flocken, ey. Wahnsinn. So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz schnell die Aufgabe an. Richten Sie eine Linie Start-Kaufhaus-Kaufhaus ein. Das wäre natürlich eine Aufgabe. Da ist das Kaufhaus. Wo ist das zweite? Da. Das wäre dann natürlich nochmal eine Aufgabe. Aber jetzt wollen wir natürlich eine schnelle Nummer, eine schnelle Nummer machen hier. Er kann ruhig eine Stunde fahren. Ich glaube, das wird angemessen sein. Wochenende. Nacht wird nicht reichen. Nacht werden wir auch eine Stunde ran müssen. Und bis um 5 Uhr die Schicht fahren. Dazu fangen wir natürlich. Warte. Erstmal kaufen wir neue Fahrzeuge. Beschleunigung schlecht ist uns jetzt einfach mal egal. 6 Stück brauchen wir gar nicht. 5 Stück reichen locker. Die werden auch über sein sogar noch. Das rote Grinse Gesichter. Ja, ihr könnt euch da drin ruhig mal austoben. Das ist schon völlig in Ordnung. Okay. Wie soll die Wassertaxi? Die nehme ich doch gar nicht an. Habe ich da echt drauf gedrückt? Die wir nicht haben. Und zwar. Fangen wir jetzt natürlich erstmal an die Linie einzutragen. Und drehen gleich noch eine schöne Runde auf der XX. Ja, jetzt sind sie zu hoch. Das war klar. XXL Einbahnschiene. Ich glaube, das wäre doch der Titel von dieser Folge. Wir werden das natürlich schon wissen. Weil der Titel wird dann natürlich schon drin sein. So. Und da brauselt auch schon gleich eine los. Da fahren wir gleich mal mit. Habt ihr das auch gerade gesehen? Da hat sich gerade nochmal schön ein Einkaufszentrum hergerichtet. Eingerichtet. Hingestellt. Erweitert. Aufgestellt. So. Hier steigen schon die Besucherzahlen. Da hinten zack. Auf vier hoch. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel brauchen wir überhaupt für die Linie. Fünf. Ja. Passt doch. Ist der auch gerade noch eine gebäutige Stelle? Hier. Zehn Leute sind hier schon. Zwölf. Dreizehn. Ja, zwölf haben wir jetzt schon drin. 106 an der Haltestelle. 16. Auf der ersten Tour. Ja, Fahrscheinpreise. Braucht ihr euch nicht mit abärgern? Gucke ich mir nochmal schnell an. Ist auch wieder nur die erste Zeit. Schöne am Stau vorbei. Das ist am besten. So wollen wir das haben. So sieht das schön aus. Zack. Schnell mal da. Ein wieder mit zurück. Und los geht die. Oha. Guck mal, was da schon los ist. 69. 79. Da wollen wir noch mehr mit. Gut, dass ich die großen Fahrzeuge gekauft habe. 90. Da wollen wir natürlich gucken, wo wir jetzt mal hin wollen. Und hier sind wir vorbei geworden. 90 people. Da kommen sie rausgeströmt und gehen in die U-Bahn und S-Bahn. S-Bahn kommt natürlich gleich und nimmt sie mit. Ach hier sind noch mehr U-Bahn. Hier ist eine U-Bahn und hier ist eine U-Bahn. Ich glaube die Linie 2 muss ich noch ein bisschen häufiger fahren lassen. Noch hält sich das muss ich sagen. Gut. Da sind wir jetzt auch schon locker wieder bei 35 Minuten, was ich eigentlich auch schon für die andere geplant hatte. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? 112 Leute. Also das auf jeden Fall hier 113. Die sind schon völlig ausgelastet. Absolut gigantisch. Die wollen natürlich alle nachher irgendwann wieder zurück. Und hier profitieren natürlich alle Linien davon. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für euer Interesse und hoffe, dass ihr auch nicht böse seid mit uns, dass wir das Ganze jetzt nochmal wieder neu anfangen müssen. Aber ihr habt gesehen, was in Ediakara los war. Und es ist nicht so, dass wir es nicht gerissen hätten. Aber es ist mit dem Stau und wir haben keine Fahrgäste zusammengekriegt. Und es ist ja nicht mal so, dass wir doof sind und das Spiel nicht könnten. Sondern wir haben wirklich keine Fahrgäste zusammengekriegt. Der Helge ist pleite gegangen mit seiner U-Bahn. Das hat er noch nie geschafft. Und ne, also seid uns nicht böse. Einige werden es bestimmt sogar noch freuen, dass wir jetzt Hamburg machen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst uns natürlich einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und steigt in die nächsten, wie sagt das? Das ist die Einschienenbahn, damit ihr auch den Anschluss nicht verpasst. Weil die sind schon wieder voll. Da. Rappell voll. Also die Linie lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Und werde euch natürlich die Folge und alles hochladen, damit ihr das aussehen könnt. Und schreibt ein bisschen was in die Kommentare dazu, damit wir wissen, woran wir sind. Und ich finde das Ende schon wieder nicht. Ich könnte wieder tausend Jahre zugucken. Genau wie bei Train Fever. Es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. Schlaft gut, wenn es schon spät Nacht ist. Denkt an mich. Samstag Nacht fahre ich von um 0 Uhr bis um 6 Uhr Schienenersatzverkehr. Hier in Schleswig-Holstein. Also ich habe Nachtschicht. Und ja, ich freue mich auf euch. Und denkt dran, zur nächsten Folge fangen wir in Hamburg an. Bis dann. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss.